Ich möchte, dass Sie gut ausschauen, alles klar, kein Bröseln, alles war wunderbar. Das ist ja herrlich, er sagt zu mir Sie, ja. Ich sage jetzt ein paar Stichworte. Nämlich, oje, jetzt waren wir gemeinsam beim Militär oder sowas, oder was? Peterlig. Noch einmal. Peterlig. Appel. Waren wir in der gleiche Klasse, ne? Am Rädenplatz, oder wo? An der Westbahnstraßen. Beim Richter. Schon da fast alle, was wurden aus mir nix. Ja, das kommt dann, gell? Als Präsident der Tersekammer. Na hörst du, das hat einen Sinn gehabt, dass man beim Rolland kommt. Ich darf, wir sind und wir trotzdem per Sie sein, gell? Das Interview sind wir trotzdem per Sie.